Dass Sie dabei bleiben, Jennifer Morgan und meine Damen und Herren, jetzt werden wir in der Folge ein bisschen tiefer in den IPCC Report des Jahres 2022 einsteigen und genau gesagt, es ist der dritte Teil des sechsten Sachstandsberichts und das Tolle ist, in diesem Report sind auch einige Hinweise dazu, wie wir zu einer Umsetzung kommen können, das erste Mal, dass sowas passiert ist. Wir werden zwei hervorragende Wissenschaftler, die eng mit dem Report verflochten sind, hier haben, aber natürlich auch eng verflochten mit dem Deutschen Klimakonsortium. Wir werden gleich in ca. 15 bis 20 Minuten die Finanzfachfrau Sylvie Kreibiel hören, aber zunächst Hans-Otto Pörtner. Wir haben ja diese schöne Überschrift, wir haben Impact, das heißt Auswirkungen, Adaption und Vulnerabilitäten, die der große Report als Überschrift hat. Und die Aufforderung war ganz klar, wir müssen schauen, dass wir das Umweltdesaster, was rein rechnerisch auf uns zukommt, vermeiden können. Hans-Otto Pörtner ist nicht nur Ökologe und Klimaforscher und Leiter der Abteilung für integrative Ökophysiologie, das muss man so richtig sich auf der Zunge zergehen lassen, am Alfred-Wegener-Institut, sondern auch einer von sechs IPCC-Chairs, Co-Chairs. Und im letzten Bericht waren Sie Co-Vorsitzender der AG2, Auswirkungen, Verwundbarkeiten und Anpassungen. Sie verzeihen, wenn ich auf die Karten gucke, damit ich es nur ganz genau hinkriege. Und Herr Wörtner, die Frage ist natürlich, machen wir genug? Gut. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und mit Ihnen erneut eine COP vorzubereiten und zu diskutieren, was auf dieser COP denn alles passieren sollte. Und in der Hoffnung, dass es auch passieren wird. Ich möchte in meinem Vortrag einmal einen kurzen Überblick geben über die Auswirkungen, dann auch ein bisschen schauen in den Lösungsraum, wie schon angekündigt. Und dabei steht ein Konzept im Vordergrund, das wir in der Arbeitsgruppe 2 als klimaresiliente Entwicklung bezeichnen. Und diese Ausführungen bauen auf, nicht nur auf dem letzten Bericht der Arbeitsgruppe 2, den wir Ende Februar verabschiedet haben, sondern natürlich sollten wir nicht vergessen, dass wir in diesem Berichtszyklus bereits drei Sonderberichte verabschiedet haben. Einen zur globalen Erwärmung von 1,5, einen zum Klimawandel an Land und die Ozean- und Kryosphäre, die 80 Prozent der Erdoberfläche. Abdecken sollten wir auch in diesem Falle nicht vergessen. Und die Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe, denke ich, sind ein wichtiger Beitrag, um Orientierung zu geben für die Bemühungen zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung zur Entwicklung der Langzeitziele, die ja auch in der politischen Diskussion ganz vorne stehen, um letztendlich Artenvielfalt und menschliche Gesellschaft zu schützen. Ich möchte auch Bezug nehmen auf die erste gemeinsame Zusammenarbeit des Weltklimarats mit dem Weltbiodiversitätsrat IPCC und IPBES. Und den haben wir Mitte letzten Jahres verabschiedet. Und der hat einen wichtigen Beitrag geleistet, um eben letztlich auch den Bericht der Arbeitsgruppe 2 zu informieren. Nun, was ist bisher passiert? Wir haben eine Situation, in der wir die natürlichen Ressourcen dieser Erde übernutzen. Entsprechend sehen wir ein Schwinden der natürlichen Artenbestände. Zum Beispiel haben wir einen Verlust in den Fischbeständen. Wir haben gleichzeitig Klimawirkungen auf die Produktivität von Ökosystemen bedingt durch exzessive Trockenheit. Wir haben Hitzewellen, die zu Massensterben führen, nicht nur in der natürlichen Umwelt, nicht nur bei Arten, sondern auch bei Menschen, in der menschlichen Population. Und wir haben, wie wir alle gelernt haben, auch exzessive Waldbrände, Wildbrände, die uns letztendlich ja auch Natur vernichten. Aber Klimawandel wirkt eben auch auf menschliche Gesellschaften. Und Milliarden von Menschen sind betroffen durch die intensiven Stürme, durch den Meeresspiegelanstieg, durch exzessive Regenfälle und daraus resultierende Überflutungen und durch exzessive Trockenheit und Dürren. 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben in Zusammenhängen von hoher Vulnerabilität. Und die Intensität der roten Färbung hier spiegelt, wo dies der Fall ist. Wo eben aufgrund der Exposition dem Klima gegenüber letztendlich auch hohe Schäden und auch hohes Sterben, hohe Sterberaten zu erwarten sind. Und das trifft laut dieser Karte im Wesentlichen die niederen Breiten, die Entwicklungsländer in den Truppen. Wir haben in diesem Bericht auch einen Überblick erstellt über die Auswirkungen des Klimawandels. Und nehmen wir da einmal die Auswirkungen auf die natürliche Umwelt. Das geht über alle Ökosysteme hinweg. Terrestrisch, Süßwasser, Marien. Wir haben dort Veränderungen, wir haben Veränderungen in der Verbreitung von Arten, Arten reagierten, artenspezifisch. Wir kriegen eine Durchmischung von Arten, wir kriegen neue Ökosysteme. De facto, wie sie aussehen werden, das wissen wir und können wir noch gar nicht genau sagen. Und wir haben auch eine Verschiebung in der Zeitgebung, in den biologischen Prozessen. Und über Temperatur und Wasser und die natürlichen Ressourcen ist natürlich der Mensch betroffen und ist abhängig davon, dass die Dienstleistungen der Natur weiterhin erhalten bleiben. Über Wasserverfügbarkeit, die eben in Frage stellt in vielen Regionen oder die Nahrungsmittelproduktion, ist der Mensch betroffen. Es gibt direkte Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen über die Neuverbreitung von sogenannten Vektoren, die Krankheitsträger sind und die eben Krankheitsträger weiter oder Krankheiten weitergeben. Und durch die gleichzeitige Penetrierung der Natur gibt es auch ein erhöhtes Risiko für Pandemien. Es gibt Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und Migration wird in Zukunft stärkere Signale von Klimawandel haben. Gleichzeitig ist die Infrastruktur, sind die Siedlungen des Menschen betroffen und es wird dort Auswirkungen geben. Nicht zuletzt auch über die Ausprägung von Hitzeinseln in den Städten, die während der Hitzewellen eben ein wichtiger Faktor sind in dem leisen Sterben, vor allen Dingen in der älteren Bevölkerung, weil eben keine Anpassung erfolgt ist. Wir werden in der Zukunft, auch hier ist es durchaus sinnvoll, mal die Auswirkungen auf den Menschen und auf die Natur zu kontrastieren und das gemeinsam herauszuarbeiten. Auch hier spiegelt sich, eben wenn wir die physiologische Empfindlichkeit des Menschen betrachten, es spiegelt sich seine Verwundbarkeit. Wir haben bereits in der heutigen Situation in den Tropen und das geht über den gesamten, über alle Kontinente hinweg, Regionen, in denen es schwierig ist für den Menschen zu überleben, aufgrund ungünstiger Klimabedingungen im Wesentlichen durch die Kombination hoher Temperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und dieser Trend wird sich fortsetzen, wir sehen hier die Globen dargestellt für die Projektionen von 1,6, 2,6, was ja offensichtlich den entsprechenden aktuellen Absichtserklärungen der Regierungen in der Summe entspricht bis hin zu 4,3 und die Farbintensität spiegelt, in welcher Weise eben zeitlich gesehen ein immer größerer Anteil des Jahres für den Menschen kaum noch tolerierbar sein wird und letale Gefahr bedeutet und auch ein großer Anteil der menschlichen Bevölkerung betroffen ist. Das spiegelt sich aber auch in der Natur. Wir sehen hier in den Entwicklungen dargestellt, wie eben die Umgebungsbedingungen für Arten, wenn wir von 1,5 bis 2 und darüber hinaus gehen, wie eben gerade in den niederen Breiten sich Zonen bilden, in denen höheres Leben kaum noch oder nicht mehr möglich ist. Wir mit dem Klimawandel verlieren Lebensraum in den niederen Breiten. Wir haben im Holozenen als Art diesen Globus besiedelt in den letzten 12.000 Jahren und wir sind jetzt dabei, mit dem Klimawandel große Teile dieses Lebensraums infrage zu stellen. Damit verlieren wir und riskieren wir auch die Dienstleistungen der Natur, die die Bestäubung betrifft, den Küstenschutz betrifft. Denken wir daran, dass die Korallenriffe, die Warmwasser-Korallenriffe, ein extrem gefährdeter Lebensraum ist. Schon bei 1,5 werden wir 70 bis 90 Prozent dieses Lebensraum verlieren und müssen uns daran anpassen. Natur als Dienstleister für Tourismus und Erholung ist hier und da in Gefahr. Die Nahrungsmittelversorgung ist in Gefahr. Die Stützung der menschlichen Gesundheit. Wir sind angewiesen auf eine gesunde Umwelt. Auf das Genießen letztendlich natürlicher Lebensräume steht in Gefahr. Und die Bereitstellung ganz grundlegender Dienstleistungen wie sauberes Wasser, saubere Luft und auch der Beitrag der Natur zur Regulation des Weltklimas steht in Gefahr mit dem fortschreitenden Klimawandel. Wie fassen wir das denn in Zahlen? Wie fassen wir das in ein Verständnis, in ein Vorgehen, was letztendlich auch Leitlinien geben kann für die Politik zur Orientierung? Und dafür betreiben wir Risikoanalysen. Und in diesen Risikoanalysen bringen wir zusammen einmal die Klimafaktoren, dann aber auch die Vulnerabilität der natürlichen und menschlichen Systeme und letztendlich in welchem Maße sie ausgesetzt sind. Wir haben bei dieser Risikobewertung auch zu berücksichtigen, inwieweit diese Systeme sich anpassen können. Wo sind die Anpassungsgrenzen? Und wie können Anpassung und Klimaminderung helfen, Risiken zu mindern? Und diese Anpassungsgrenzen, die ich bereits erwähnt habe, sind charakterisiert durch ganz verschiedene Aspekte. Sie sind physikalisch, ökologisch, technologisch, ökonomisch, politisch, institutionell, psychologisch oder soziokulturell. Manches davon lässt sich modifizieren. Manchmal sprechen wir von weichen Anpassungsgrenzen. Anderes und vor allen Dingen in den natürlichen Systemen ist das der Fall, sind harte Grenzen. Wenn wir dort eine Grenze überschreiten mit Blick auf die globale Durchschnittstemperatur, dann ist das System eben nicht mehr in der Lage. Und auch unsere Anpassungsfähigkeit ist empfindlich gegenüber Klimawandel. Die steht uns nicht in jedem Klima vollumfänglich zur Verfügung. Je wärmer es wird, desto mehr nimmt unsere Kapazität ab, uns anzupassen. Wir fassen dies auf einer Farbskala zusammen, wo wir mit einer weißen Farbe nicht nachweisbar Risiken charakterisieren. Gelb moderat, rot hohe Risiken und violett sehr, sehr hohe Risiken. Und nun schauen wir uns doch mal an, was dabei rauskommt und nehmen uns einfach mal auch unsere Region hier in den Blick, als Europa hier zusammengefasst oder den Mittelmeerraum oder nehmen uns Afrika in den Blick und schauen uns, wie die Risiken sich in verschiedenen Sektoren entwickeln. Und da geht es um die Nahrungsproduktion über Getreide, zum Beispiel Fischerei oder auch über das Liebe Vieh. Es geht um die Artenvielfalt, um Ökosysteme und es geht aber auch die Empfindlichkeit des Menschen selber in seiner Population gegenüber Klimawandel durch Morbidität und letztendlich erhöhte Sterblichkeit. Und nicht zuletzt und nicht zu vergessen der Meeresspiegelanstieg, die entsprechende Überflutung in Küstenräumen, die Menschen dort betrifft, wo große letztendlich Anteile der menschlichen Bevölkerung auch siedeln. Und wenn wir all diese Dinge zusammenfassen und schauen uns mal die Risikoübergänge an und vergleichen 1,5 und 2 Grad, dann sehen wir ganz konsistent und mit dieser Risikoanalyse machen wir diese Sektoren vergleichbar, ganz konsistent, dass wir den Übergang von mittlerem zu hohem Risiko bei 1,5 haben und dass wir mit 2 bereits im gefährlichen Bereich, im wirklich gefährlichen Bereich des Klimawandels liegen, im Hochrisikobereich. Eine sehr eindeutige Aussage, die das 1,5 Grad Ziel des Pariser Abkommens sehr nachdrücklich bestätigt. Und das ist die ambitionierte Seite des Pariser Abkommens. Wenn wir das einmal weiter betreiben und letztendlich auch in Betracht ziehen, dass der Weltklimarat in seinen Analysen ja immer eher auf der konservativen Seite ist, uns anschauen, dass letztendlich die Risikoübergänge, wie wir sie noch zum Ende des fünften Sachstandsberichts hatten, auf der linken Seite der jeweiligen Säulen gezeigt, dass diese Risikoübergänge von denselben Leuten, mit denselben Prozessen analysiert, letztendlich bei niedrigeren Temperaturen anzusiedeln sind, dann ist auch das eine eindeutige Bestätigung der ambitionierten Seite des Pariser Abkommens. Anpassung könnte ein Weg sein, Risiken zu mindern. Wir haben vulnerable Bevölkerung und hier sind die Ärmsten wieder diejenigen, die am meisten betroffen sind vom Klimawandel und die das größte Bedürfnis haben, sich anzupassen. Wir haben aber hier Lücken in der Anpassung. Wir haben, wie auch bei der Minderung, auch bei der Anpassung eine Implementierungslücke, die immer weiter geht. Wir brauchen eine Transformation, die letztendlich alle Teile der Gesellschaft und letztendlich auch unser Umgehen mit den naturlichen Systemen, mit den Ökosystemen betrifft. Und hier sind fünf Systemübergänge oder die fünf Systemübergänge, einmal einfach schlaglichtartig genannt. Das betrifft einmal der Umgang mit Land, Ozean, Küsten und Süßwasserökosystemen, dann der Umgang mit dem städtischen Raum und der Infrastruktur, mit der Energie, mit der Industrie und letztendlich aber auch mit uns selbst innerhalb unserer Gesellschaften, wie wir uns verhalten, wie wir uns bewegen. Viele dieser Anpassungsmöglichkeiten haben Co-Benefits mit, haben Vorteile, gemeinsame Vorteile, weil sie auch in Richtung Minderung des Klimawandels wirken. Und hier kommen die Bemühungen von Arbeitsgruppe 2 und Arbeitsgruppe 3 zusammen und in dem Sinne den Klimawandel eben unter Kontrolle zu bringen und die Risiken zu mindern. Wir schauen uns die Anpassungsoptionen an. Hier ist einmal ein Beispiel, nur gezeigt, für Ökosysteme im Ozean und an Land. Wir müssen hier Land und Ozean zusammendenken. Und viele der Ansätze sind letztendlich auch gemeinsam konzeptionell verankert. Und wir sehen, wie wir eben hier an der Dicke der Kugeln zu messen, hier die Effektivität und die Machbarkeit letztendlich auch charakterisieren können, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir können hier nicht ins Detail gehen, aber wir können letztendlich sagen, ja, wir haben was in der Hand und wir können etwas tun und die Praktiker können das umsetzen. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe, dann haben wir momentan eine Situation, in der wir ein Ungleichgewicht haben auf dieser Erde, bedingt durch das Handeln des Menschen, durch die Emissionen von Treibhausgasen, durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume. Und gleichzeitig haben wir aber im System positive Möglichkeiten zu interagieren. Und die gibt es. Und die sind oft in indigenen Gemeinschaften verankert. Das Einbringen indigener Kenntnisse, lokaler Erkenntnisse und Wissensbestände in dies Vorgehen des Menschen ist essentiell. Wir können davon lernen. Unsere westliche Lebensweise ist hier nicht und kann hier gar nicht die Führende sein. Das haben wir ja über die letzten 100, 150 Jahre auch letztendlich gelernt. In dieser Wechselwirkung von Klima, menschlicher Gesellschaft und Natur die positiven Wechselwirkungen zu stärken, das ist das, was wir letztendlich tun müssen. Wir müssen uns anpassen, wir müssen Klima mindern, wir müssen der Natur die Möglichkeit geben, uns zu helfen bei diesen Bemühungen. Das heißt, Naturräume schützen, ihre Fähigkeit zur Anpassung stützen und letztendlich auch dort die Kapazitäten sichern, die uns in unseren Bemühungen unterstützen. Das ist keine Entschuldigung, Emissionen aufrechtzuerhalten, sondern es ist ein Beitrag, der erst auf langen Zeitskalen wirksam werden wird, wenn wir es geschafft haben, unsere Emissionen drastisch zu reduzieren. Und wir haben letztendlich ein Konzept, in dem wir letztendlich sagen, wir brauchen ein Zusammenbringen von Gerechtigkeit, von Gleichheit, von Aspekten, die die menschliche Gesundheit letztendlich auch betreffen. Das Zusammenbringen von menschlicher Gesundheit, ökosystemarer Gesundheit, planetarer Gesundheit muss ein großes Ziel aller Bemühungen sein. Es sind viele Sektoren betroffen, das Denken in Silos muss der Vergangenheit angehören. Und dann wird es gelingen, beim Stärken dieser positiven Wechselwirkungen letztendlich eine Entwicklungsperspektive für die Menschheit zu schaffen, die wir als klimaresiliente Entwicklung bezeichnen. Und ein positives Bild, was sich ergibt, wenn man auch die Raumplanung damit einbezieht und sagt, ja, 30 bis 50 Prozent der Naturräume müssen wir schützen in ihren Funktionen und in ihrem Beitrag, dann sehen wir, das kriegen wir hin, wenn wir das wollen. Es ist eine Option. Wir schaffen Korridore für die Wanderung von Arten, wir gliedern Schutzräume und genutzte Räume und auch besiedelte Räume nebeneinander und bringen die Dinge in ein Gleichgewicht. Und das betrifft auch Ozean- und Land- und Süßwasserräume wieder zusammen. Das wäre die Perspektive, wie wir Klima stabilisieren und Biodiversität schützen, gemeinsam schützen können. Die Wissenschaft ist klar, jede weitere Verzögerung in einer abgestimmten globalen Handlungsfähigkeit und Handlung, und Jennifer Morgan hat uns das eben eindrucksvoll erklärt, wird ein kurzes Zeitfenster verpassen, um eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu sichern. Die IPCC-Berichte, vor allen Dingen Arbeitsgruppe 2 und Arbeitsgruppe 3-Berichte, liefern Lösungsmöglichkeiten. Aber wir sind spät dran. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und wenn wir in der Diskussion einige hohe oder auf hoher Ebene einige Schlussfolgerungen diskutieren wollen, dann wären das aus meiner Sicht die Folgenden. Die ambitionierte Seite des Pariser Abkommens anzustreben, hat eigentlich keine akzeptable Alternative. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept, in dem wir Minderung, Anpassung, Entwicklung integrieren, in dem wir eigentlich auch die Abdeckung von Verlusten und Schäden von Loss und Damage mit integrieren, mit Blick in die Zukunft und nicht rückwärtsgewandt. Und Gerechtigkeit und Gleichheit können eigentlich nur umgesetzt werden, wenn wir auf diesem Globus ein Gefühl entwickeln, dass wir in einem Boot sitzen und dass es eine geteilte Verantwortlichkeit für die Gegenwart und die Zukunft gibt. Zum Beispiel auf der Basis der Anerkennung, dass jeder zu den Emissionen dieser Erde beiträgt und einen Beitrag leistet, entsprechend diesem Anteil an den historischen und an den gegenwärtigen Emissionen. Darauf müsste man sich doch eigentlich einigen können. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, die Lösungen für den Klimawandel und für den Artenschwund hängen voneinander ab. Wir brauchen diese beiden Dinge in gegenseitiger Abstimmung. Und wir sollten uns auch über die globalen Ziele vielleicht noch einmal klar werden. Wenn wir sagen, 1,5 Grad, Erwärmung ist das Maximum, was wir tolerieren wollen, das wird ja kein paradiesischer Zustand sein, das ist ja schon eine Kraftanstrengung, dort hinzukommen. Wenn das das Minderungsziel ist, dann können wir doch sagen, auf der Anpassungsseite passt das mit dem Ziel zusammen, Risiken bei einem mittleren Niveau festzuhalten, wie wir das auf den Abbildungen gesehen haben. So würde diese Zielsetzung letztendlich ja zusammenpassen. Und wir müssen eigentlich auch die Prioritäten in der Entwicklungspolitik umdenken. Entwicklung unter Nutzung von fossilen Brennstoffen kann es eigentlich nicht mehr geben, sondern Entwicklung sollte perspektivisch ergebunden werden an die Nutzung erneuerbarer Energien, unterstützt durch die entsprechende technologische Hilfe der Industrieländer. Klimaaktivismus, Aktion für Minderung und Anpassung gleichzeitig hat keine Alternative und ist letztendlich eine existenzielle Notwendigkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Körtner, absolut faszinierend und ich denke mir, jedes Jahr werden die Zahlen, werden auch die daraus abzuleitenden Handlungsanleitungen stringenter. Wir haben das hier nun schon ein paar Jahre durchexcessiert. Die sind seit 20 Jahren dabei. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sehen, heute zum Beispiel in Deutschland projiziert, 28 Grad im Süden Deutschlands, ist nicht mehr Wetter, ist schon Klima. Was sagen Sie sozusagen als Mensch, als Vater, als Großvater dazu? Ja, als Mensch, als Vater, als Großvater sage ich dazu, es wird höchste Zeit, dass wir Erfolge sehen in der Klimapolitik und letztendlich auch in der Biodiversitätspolitik und wir dürfen die Umweltverschmutzung letztendlich durch Chemie, Industrie und Feinstaub und so weiter und so fort auch nicht vergessen in diesem Kontext. Man möchte, man wird ungeduldig, man möchte eine Umsteuerung sehen, die wirksam ist. Und wir sehen das Bemühen der Politik und wir haben, denke ich, einen Elefanten im Raum, wenn man das aus der englischen Sprache überträgt. Und dieser Elefant heißt ein Trägheit. Und die Komponenten dieser Trägheit wirklich zu identifizieren und auszuräumen, das wird, denke ich, die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Dankeschön für den erneuten Sense of Urgency, den Sie uns mitgeteilt haben. Ladies and Gentlemen, Hans-Otto Pörtner. Unsere nächste Wissenschaftlerin ist uns zugeschaltet. Ich hatte gerade Herrn Pörtner angesprochen, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch. Auch Wissenschaftlerinnen sind Menschen, in diesem Fall auch eine Mutter mit einem kranken Kind. Und wir sind dennoch sehr froh, Frau Kreibiel, dass Sie jetzt mit uns die Zeit verbringen, uns Ihr Thema nahe bringen. Sie selbst haben ja ein paar Jobs, ein paar Nebenjobs in Anführungsstrichen. Sie sind seit nunmehr drei Jahren Vorsitzende von Germwatch, der Umwelt- und Entwicklungsorganisation. Sie selber sind ausgewiesene Finanzfachfrau, vor allen Dingen dort für grüne Finanzierungen. Mit einer Vergangenheit, zum Beispiel beim UNEP Collaborating Center for Climate and Sustainable Energy Finance an der Frankfurt School. Und Sie waren auch längere Jahre bei der Deutschen Bank. Also Sie kennen das Geschäft in- und auswendig. Also Sie waren eine der Autorinnen des Chapter 15, das heißt Investment and Finance im Report Mitigation of Climate Change. Und bitte teilen Sie uns Ihre Ergebnisse mit und schieben uns noch ein Stückchen an. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich mich hier zuschalten kann. Grüße nach Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich den Arbeitsgruppen 3-Bericht vorstellen darf. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger. Vieles wurde ja schon vorweggenommen, aber ich glaube, bei vielen kann ich auch einfach einige Gedankenstränge nochmal weiterführen. Ich möchte heute aber auch einen besonderen Schwerpunkt auf das Finanzierungsthema legen. Nicht nur, weil es natürlich auch mein Thema ist, sondern auch, weil ich glaube, für die anstehenden Verhandlungen bei der COP besonders wichtig ist. Ganz kurz zu dem Arbeitsgruppen 3-Bericht. Wir kamen ja zu einer ganz schwierigen Zeit raus an die Öffentlichkeit, kurz nach dem Massaker von Butcher. Das war sehr emotional auch für uns, auch gerade, weil die ukrainische Delegation während der letzten Woche wirklich einen gigantischen Job gemacht hat. Vielleicht ganz kurz zum Bericht. Das ist ein ganz besonderer. Zum einen, weil er einen sehr starken Schwerpunkt auf das Thema Just Transition legt. Und natürlich auch ganz klar betont, dass wir ohne eine gerechte Transformation und ohne, dass wir alle das Gefühl haben, dass es gerecht ist, diese Machbarkeit infrage stellen. Zum anderen ist es ein besonderer Bericht, weil wir zum ersten Mal eigentlich sagen können, wir kennen alle Lösungsmöglichkeiten. Wir wissen eigentlich sehr, sehr genau, was wir tun müssen. Der letzte Aspekt, warum es besonders ist, ist vielleicht der schwierigste daran. Wahrscheinlich ist es der letzte Bericht, der valide ein 1,5 Grad Szenario aufzeigen kann, wenn jetzt nicht ganz schnell Änderungen passieren. Vielleicht auch ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Wie viele Autoren wir waren, wie viele Länder. Aber ich möchte auf zwei Themen hinweisen. Das eine ist, dass wir immer noch einen sehr geringen Anteil von Frauen in der Autorenschaft haben. 30 Prozent nur im Vergleich zu 70. Aber auch nochmal in unterschiedlichen Entwicklungsländern. Wir schaffen es immer noch nicht, hier die 50-50 hinzubekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir einfach nochmal mehr Unterstützung auch für solche Arbeit für die Entwicklungsländer brauchen. Vielleicht fange ich kurz an mit den Fragen, wo wir denn stehen. In 2019 waren die Treibhausgasemissionen rund 19 Prozent höher als in 2010 und 54 Prozent höher als in 1990. Jetzt fragen Sie sich immer, warum wir nur auf 2019 Bezug nehmen. Das ist, weil wir beim IPCC ja immer so ein bisschen hinterherhinken. Wir müssen ja einen starken Literature-Cut-of-Date im Oktober letzten Jahres gehabt. Und deswegen müssen wir, wir haben eben nur diese Zahlen bis 2019. Das Wachstum bei der Emission hat sich also reduziert. Das waren 2,1 Prozent zwischen 2000 und 2009 und nur noch 1,3 Prozent in 2010 bis 2019. Aber das zeigt natürlich auch, wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir sein müssten. Das überträgt sich auch auf die Klimafinanzierungsflüsse. Wir haben zwischen 2013, 2014 und 2019, 2020 ungefähr einen Anstieg von 60 Prozent. Das ist nicht viel. Noch bedenklicher ist, dass dieses Wachstum nachgelassen hat und diese Finanzierungsflüsse eben auch so volatil sind. Der Bericht, ich finde ihn einfach sehr schön, weil er so ein paar sehr anschauliche Botschaften hat. Eine davon ist, dass wir in einem 1,5-Grad-Szenario in der letzten Dekade ungefähr so viel CO2-Emissionen hatten, wie wir jetzt noch verfügbar haben. Also nicht nur die nächste Dekade, sondern eben als CO2-Budget going forward. Wir haben aber natürlich auch ein paar positive Nachrichten. Das war für uns immer auch sehr schwierig, da die richtige Balance zu finden. Wie optimistisch können wir denn eigentlich noch sein? Aber die positiven Aspekte, die wir hervorheben möchten, ist das, dass wir eben eine steigende Anzahl von Ländern haben, die nachhaltige Emissionsminderung erreicht haben. Wir sehen mehr Städte und Regionen, die sich Null-Emissionsziele gesetzt haben. Wir sehen drastische Kostenreduzierungen bei PV-, Wind- und Lithium-Ionen-Batterien. Wir sehen immer mehr Energiesysteme, die von Erneuerbaren dominiert werden. Und wir sehen natürlich auch gerade im Finanzsektor im Momentum, was wir so noch nie davor gesehen haben. Aber wir müssen auch sagen, 1,5 Grad ist außer Reichweite, wenn wir jetzt nicht ganz schnell ganz signifikante Emissionsminderungen hinbekommen. Und ich möchte Ihnen das kurz an diesen Grafiken hier zeigen und an den Zahlen. Wir können jetzt nicht im Detail darauf eingehen, dafür reicht die Zeit nicht. Aber was Sie sehen hier, sind die Entwicklungen von CO2 und Treibhausgasemissionen in den Modellen für 1,5 Grad, für 2 Grad und eben im Steady State oder eben im Business Asusel in der roten Linie. Zwei Dinge, die wir hier sehen. Das eine ist, wir haben einen Ambition Gap, aber wir haben auch einen Implementation Gap bei den NDCs. Das ist, glaube ich, beides wichtig für die anstehenden Verhandlungen. Jetzt aber mal zu den Zahlen. Ich glaube, die sind wirklich sehr anschaulich. Wenn wir also von 1,5 Grad reden, dann sprechen wir leider nur noch über eine 50% Wahrscheinlichkeit. Wir haben die Modelle, geben das einfach nicht mehr her, dass wir so wie üblich mit der Zweidrittelwahrscheinlichkeit rechnen. Also 1,5 Grad sind immer nur noch 50% Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, da müssen wir ungefähr 50% Minderungen hinbekommen bei Treibhausgasemissionen und CO2 bis 2030. Bei 2 Grad ist es so ungefähr ein Drittel. Net Zero unterscheidet sich eben einmal 2050er und 2070er, wobei das wahrscheinlich hinten raus gar nicht so das Problem sein wird. Wir müssen jetzt auch ganz kurzfristig mal schauen, wenn wir hier deutliche Reduzierungen hinbekommen, denn es geht ja wirklich um die Fläche unter den Kurven. In beiden Szenarien oder in beiden Szenariengruppen müssen wir den globalen Peak vor 2025 erreichen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine sehr, sehr griffige Zahl. Ein Punkt, der immer mal genannt wird, ist, was ist denn die Auswirkung von der Elektrifizierung in Entwicklungsländern? Das ist am Ende etwas, was überhaupt nicht mehr nicht so relevant ist. Universal Access würde ungefähr die Nachfrage um 0,2% erhöhen in 2030. Das können wir uns also locker leisten. Wir brauchen aber eben Emissionsminderungen über alle Sektoren und Regionen hinweg. Ganz wichtig, es wurde vorhin genannt, auch schon, was heißt das denn für fossile Infrastruktur? Hier zeigen wir, und das ist wieder so eine sehr, sehr griffige Analyse, die zeigt, das, was wir momentan an fossiler Infrastruktur geplant haben, und das heißt natürlich zum Stamm 2019. Was wir geplant haben und was in Betrieb ist, das zusammenfrisst unser verbleibendes Budget auf. Und da sind die anderen Sektoren noch gar nicht mit berücksichtigt. Das heißt, wir müssen gerade auch im Energiesektor deutlich schneller vorankommen. Wir müssen gerade da eben auch nicht nur darüber reden, dass wir keine neue Infrastruktur bauen, sondern dass wir eben auch bestehende Infrastruktur aus dem Markt rausnehmen. Und da sehen wir gerade die Zusammenarbeit mit Südafrika. Ein schönes Beispiel dafür ist, wie sich auch Klimazusammenarbeit geändert hat. Denn es geht nicht mehr nur darum, Erneuerbare zu fördern, sondern es geht auch darum, zu unterstützen, wie wir bestehende Infrastruktur frühzeitig aus dem Markt rausnehmen können. Dazu habt ihr diese Analyse hoffentlich auch ein bisschen beigetragen. Wir wissen sehr genau, welche Optionen in den verschiedenen Sektoren verfügbar sind, was sie kosten, um eben Emissionen bis 2030 zu halbieren. Keiner kann mehr sagen, dass wir nicht gewusst haben, was wir zu tun haben. Oder dass es auch zu teuer ist. Ich kippe später auch darauf ein, dass wir auch nicht sagen können, dass wir die Investitionen nicht stemmen können. Das ist jetzt hier auf dieser Slide ein bisschen schwer zu sehen, aber man kann eben sich anschauen, was kosten denn die verschiedenen Vermeidungstechnologien. Und Vermeidung war noch nie so günstig und noch nie so einfach. Es gibt keine Gaps mehr, die wir nicht schließen können bis 2030. Und es war noch nie so günstig. Ich hatte eben gesagt, die Halbierung der Emissionen im Vergleich zu 2019 bis 2030 geht zu Kosten unter 100 Dollar pro Tonne. Und davon mehr als die Hälfte der Optionen unter 20 Dollar pro Tonne. Das sind vor allem die im Energiesektor. Wir sehen natürlich auch, dass das noch ganz unterschiedlich verteilt ist, gerade im Industriebereich, im Bereich von Landwirtschaft und Forst. Da wird es ein bisschen teurer und da müssen wir natürlich auch noch mehr lernen. Aber an sich kann es keine Frage der Kosten mehr sein. Wir hatten, das ist eine sehr wichtige Analyse, zum ersten Mal im Arbeitsgruppen-3-Bericht ein separates Kapitel zu der Nachfrageseite. Das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann, zumindest mal die Summary zu lesen, auch unter der Leitung von einem deutschen koordinierenden Leitautor, dem Felix Kreuzig aus Berlin, der sehr gut gezeigt hat, wie wichtig diese Demandzeit ist. Und dass wir eben 40 bis 70 Prozent der Emissionen bis 2050 oder in 2050 einsparen können, ohne dass wir einen, wir sagen immer Wellbeing, also diesen Wohlstandsverlust in der breiten Definition zu haben. Und das zeigen wir in dem Bericht eben über die verschiedenen Sektoren hinweg. Gerade im Ernährungsbereich zum Beispiel, was da sich ändern kann, aber auch im Transportbereich. Das heißt nicht, dass diese Behaltensänderungen nicht begleitet werden müssen durch regulatorische Maßnahmen, durch Infrastruktur, durch Technologie. Das soll also keine Verschiebung der Verantwortung von Politik an den Endverbraucher und den Bürger sein. Es zeigt aber, wie viel man tatsächlich bewirken kann, wenn man mehr Wert darauf legt, was man denn wirklich am Verhalten, am Konsumverhalten auch ändern kann. War jetzt auch gerade ganz wichtig in der Diskussion, was man denn kurzfristig auch einsparen kann. Die Studie enthält zum Beispiel auch diesen Punkt, dass wir in OECD-Ländern und China ca. 5 bis 6 Prozent der weltweiten Emissionen in Endnutzungssektoren kurzfristig einsparen können. Und das sind eben 20 bis 60 Prozent der Exporte von russischen fossilen Energien zum Beispiel. So, jetzt komme ich mal ganz kurz zu den, wenn ich so kurz, ein bisschen intensiver, zu den Finanzierungszahlen. Dazu gab es ja auch ganz intensive Diskussionen, auch eben in der Summary for Policymakers. Wir haben uns angeschaut, welche Investitionen denn nötig sind, wenn man jetzt 1,5 oder 2 Grad erreichen möchte. Und haben das dann ins Verhältnis gesetzt zu den Investitionen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich möchte hier nochmal darauf verweisen, das sind Zahlen für die Vermeidung. Das sind nicht die Zahlen für Anpassungen mit drin. Wir kennen die Anpassungszahlen. Wir können heute sagen, Anpassung ist so 5 bis 10 Prozent der aktuellen Klimafinanzierungsflüsse. Das ist einfach viel zu wenig. Die detaillierte Analyse haben wir nur für Vermeidung gemacht. Das ist zum einen der Grund beschuldet, dass natürlich Arbeitsgruppe 3 den Schwerpunkt auf Vermeidung hat. Aber auch, weil wir eine ganz andere Datenbasis haben und uns da erstmal komfortabler gefühlt haben, wenn wir das so einengen. Wir haben dann zusammengefasst, was wir an Investitionen brauchen in den verschiedenen Sektoren und Bereichen. Nur für die Anwendung von Technologien erstmal. Und da kommen wir auf einen Faktor 3 bis 6 über den Finanzierungsflüssen der letzten Jahre. Und jetzt erstmal die 3 bis 6 wirken lassen. Ja, das ist schon viel. Vor allen Dingen, wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu den 60 Prozent, die ich vorhin angesprochen habe, die wir in den letzten Jahren als Steigerung gesehen haben. Das ist aber für den Kapitalmarkt erstmal gar nicht so viel. Also der kann eigentlich diese Volumina sehr gut absorbieren. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, diese Finanzierungsflüsse umzulenken. Die liegen teilweise innerhalb des Finanzsektors, aber ganz oft auch außerhalb des Finanzsektors. Im Grunde genommen ist ja diese Analyse nichts anderes als ein Spiegel dieser Szenarienanalysen zu den Emissionsminderungen, die ich Ihnen davor gezeigt habe. Wenn wir eben noch nicht da sind, dann fließt auch nicht so viel, wenn wir mehr Emissionen einsparen, auch mehr politisches Commitment dafür haben, dann lenken wir damit eben auch einiges an Klimafinanzierungsflüssen um. Es gibt gerade da natürlich auch großen Nachholbedarf, was die Risikoanalyse angeht. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass wir ja auch immer Arbeitsgruppe 2 und 3 zusammendenken, auch im Finanzsektor, denn wer heute noch in Fossilie investiert, der entweder wettet er gegen 1,5 Grad oder er wird eben Stranded Assets akzeptieren müssen. Er wird damit auch Verluste im Portfolio haben. Da müssen wir noch deutlich klarer werden, dass solche Verluste dann eben auch im Finanzsektor absorbiert werden müssen. Jetzt sehen wir ganz große Unterschiede in den Sektoren. Wenn wir jetzt mal im oberen Bereich bleiben, dann sehen wir zum Beispiel im Energiebereich nur eine Steigerung von 2 bis 5 Mal. Wir sehen aber bei Aquaculture und Forest eine Steigerung von 10 bis 31 Mal. Das ist natürlich bedenklich. Also Energiesektor insgesamt machen wir uns erstmal gar keine Sorgen. Wir wissen von der IEA zum Beispiel, dass wir im Jahr 2019 Gesamtinvestitionen von 1,6 Billionen Dollar hatten. Der Bedarf laut unserer Analyse liegt da am oberen Ende dort. Da geht es wirklich darum, dass wir Finanzierungsflüsse umlenken. Da brauchen wir gar keine neuen Sektorallokationen. Das sieht anders aus zum Beispiel bei Aquaculture und Forest. Da haben wir Flows unter einer Milliarde. Auf der anderen Seite haben wir aber 600 Milliarden Government Support für im Aquaculture-Bereich. Und da müssen wir eben auch sicherstellen, dass der zielgerichtet eingesetzt werden kann. Damit wir eben keine negativen Auswirkungen haben. So, ich möchte ganz kurz noch auf die vorgelagerten Investitionen eingehen, weil die eben nicht in dieser Analyse mit drin sind. Was brauchen wir also, um Produktionskapazitäten aufzubauen, um eben auch diese Anwendung, diese Investitionen in Anwendung zu ermöglichen. Wenn wir zum Beispiel am Transportbereich denken, Iwina geht davon aus, dass wir bis 2030 ungefähr 270 Millionen Electric Vehicles haben. Wenn wir das jetzt mal übersetzen in nur die Batteriekapazität, brauchen wir da auch wieder 200 Milliarden Investitionen. Also Investitionen, die sind nicht hier mit drin, die sind vorgelagert. Die müssen aber eben auch noch passieren, um überhaupt diese 3 bis 6 zu ermöglichen. Und das zeigt mal, wie parallel am Ende jetzt Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen. Wir haben also nicht mehr diesen langen Vorlauf, wie wir eben bisher hatten, gerade wenn wir jetzt mal an Solar in Deutschland denken, 1000-Bächer-Programm, wir denken dann ans EEG und so weiter. Ich habe noch die ersten Börsengänge von Solarunternehmen gemacht. Da haben wir noch erklärt, was das 1000-Bächer-Programm ist und wie denn eine Einspeisevergütung passiert. Und das hat sich dann so langsam aufgebaut. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Also da wird sich ganz viel ändern, auch in der Art und Weise, wie wir Risiken analysieren müssen im Finanzsektor. Es muss sich aber auch ganz viel ändern an der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Finanzsektor. Wir müssen nämlich entscheiden, basierend auf den langfristigen Zielen und nicht nur dem, was wir jetzt eben schon so kurzfristig rechtfertigen können, basierend auf Erfahrungswerten. Jetzt kommt der schwierigere Teil in der Analyse. Das ist das, was Sie unten sehen, der Nord-Süd-Vergleich. Beim IPCC modellieren wir basierend auf Regionen und wir aggregieren dann diese Regionen eben in Entwicklungs- und Industrieländer. Das ist ein wichtiger Hinweis, der auch immer wieder zu Diskussionen mit den Regierungsvertretern führt. Anders kriegen wir das aber nicht hin. Wir haben also drei Regionen, die wir hoch aggregieren zu Industrieländern. Und wir haben dann die verbleibenden Regionen, die wir als Entwicklungsländer aggregieren. Und da sehen Sie massive Unterschiede. Nicht nur, was die Bedarfe angeht im Prozent von GDP. Das sind nämlich für die Industrieländer 2 bis 4 Prozent, für die Entwicklungsländer 4 bis 9 Prozent. Und das ist nur Vermeidung. Das dürfen Sie nicht vergessen. Dieser Gap wird nochmal viel größer, wenn wir eben die generelle Infrastrukturfinanzierung dazu rechnen, wenn wir Anpassungen dazu rechnen, wenn wir Losses und Damages dazu rechnen. Das müssen wir akzeptieren. Der Multiplikationsfaktor entspricht 3 bis 5 in Industrieländern, 4 bis 7 in Entwicklungsländern. Jetzt gibt es genau zu dieser Analyse immer die Diskussion, wie denn Gerechtigkeitsaspekte hier berücksichtigt werden. Erstmal möchte diese Analyse nicht sagen, wer denn überhaupt zu investieren hat. Und sie sagt auch nichts über Kosten aus. Diese Analyse zeigt nur, wo basierend auf den Modellen Investitionen am sinnvollsten wäre, wo Vermeidung am sinnvollsten wäre. Das heißt aber nicht, dass wir die Verantwortung für die Finanzierung dieser Projekte ausschließlich in den jeweiligen Regionen sehen. Das kann gar nicht so sein. Das ist ganz, wenn man sich jetzt mal die Investitionsvolumina anschaut, wenn man sich anschaut, die historische Kapitalakkumulation im globalen Norden, dann wird das nicht möglich sein. Dann sehen wir, dass wir eben deutlich mehr Cross-Border-Flows brauchen im öffentlichen Bereich, aber eben auch im privaten. Wir können aber nicht so einfach ausrechnen, wie viele Investitionen sollten von wem getragen werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil das sind ja Investitionen, das sind keine Kosten. Diese Investitionen können also auch eine gute Rendite abweisen. Die Kosten sind unterschiedlich. Wir schaffen es leider noch nicht, diese Modelle hier mit den Kostenüberlegungen zusammenzubringen und genau zu sagen, wer hat denn welche Unterstützungsbedarfe. Das ist schwierig. Dafür gibt es andere Ansätze, ja auch von UNFCCC. Aber das ist, glaube ich, schwer dann auch zu verallgemeinern. Was wir wissen oder was wir aus dem ablesen können, wir haben eben einen signifikanten Unterstützungsbedarf. Entwicklungsländer haben es tendenziell schwieriger, sind sowieso schon deutlich verletzlicher. Sie tragen jetzt schon die Kosten vom Klimawandel auch auf der Finanzierungsseite. Wir wissen, wie stark die Ratings teilweise runtergegangen sind, wie viel höher die Finanzierungskosten für Partnerländer sind. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, der eben auch für die anstehenden Klimaverhandlungen wichtig ist. Wie viel verlässliche Unterstützung kann man bieten? Welche Instrumente können wir auch bieten, um gerade private Finanzierungsflüsse viel deutlicher umzulenken? Wir müssen aber auch sagen, es gibt natürlich diese ganz klare Korrelation zwischen Climate Finance Inflows, also den Zuflüssen an Klimafinanzierung und der institutionellen Kapazität. Wir wurden oft gefragt, ob wir denn auch nachweisen können, dass es eine Korrelation zwischen Inflows und Ambitionen gibt. Das können wir noch nicht. Hoffentlich gibt es auch dazu dann bessere Erhebungen, die vielleicht die nächste Autorenschaft dann auch zitieren kann. So, zum Abschluss und damit wir dann auch noch ein bisschen Zeit für Diskussionen haben, die drei Kernbotschaften aus unserer Sicht. Wir stecken immer noch fest im fossilen Zeitalter. Wir haben kaum noch Zeit für 1,5 und auch für 2 Grad. Wir müssen jetzt wirklich in den nächsten 5 bis 10 Jahren ganz schnell Emissionsminderungen erreichen. Wir sind aber auch in der Dekade der Lösungen. Wir wissen besser denn je, welche Technologien, welche Ansätze, welche Politikinstrumente wirken. Und wir müssen sie jetzt schon mal einsetzen, damit wir dann auch eine gerechte Transformation hinbekommen. Und damit möchte ich an der Stelle erstmal beenden.